Aber jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RASERKURS. Ich weiß, dass es nicht gerade beliebt bei euch ist, aber du kennst die Steuerung noch, oder? Nee. B. B und A. Haha, toll. Wir verkackten den Staat mal wieder. Ich bin die Erste. Hä, die KI... Wir haben jetzt gerade keine KI. Okay, nur wir. Dominik, jetzt mal... Du hast doch gesagt, wir sollen nichts machen. Du sollst jetzt machen, hab ich doch gesagt. Du, du, du... Sorry, Dominik war wieder schon. Du sollst gut spielen. Kannst du jetzt nichts machen? So, ja, nichts machen davor, aber jetzt. Los. B. B und A. B und A. Und wenn man die Fähigkeit einsetzt, dann muss man Y nehmen. Und mit X? Und man kann mit RT den Booster aktivieren, Alina. Mit RT. Mit X macht man gar nichts. Doch, mit X kann man auch. Wenn man diese orange Tasse drückt, Alina, dann kann man seine Fähigkeit aktivieren. Gell? Mit A springst du? Alter! Und du kannst diesen Booster aktivieren, ne? Danke für die... Alter, was macht die Lutscher? Hey, du hast so einen Booster, gell? Die kannst du mit Orange aktivieren, gell? Orange! Y! Genau! Oh, ihr Lutscher! Baut es doch ab, baut es ab, baut es ab! Warum hast du das nicht abgebaut? Du, du! Oh, ihr Lutscher! Dafür muss ich dir mal den Hanag rein schießen. Oh, lecker! Das ist voll ausgelaufen. Oh, ich weiß es. Jetzt muss Alina das abschlecken. Jetzt mach halt, das sieht eh keiner. Alina hat die Stahlverklagung, Domi auch! Wer bin ich? Der Zauberer! Der Zauberer? Ja. Unten, da wo erster Flasche steht und der ist dritter. Ich hab mal die Anna richtig getauscht. BAM! 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 AUSH! Der Zauberer! Aha! Ui! Es ist eine Notchangung! Alter was machst du? Alter, die mir ist immer noch geblitzt. Was? Wieso blitzt ihr die ganze Zeit? Weil ich geblitzt hab. Alter, was? Du kleine Lutscherin. Jetzt werde ich wieder dritter wegen dir, ne? So eine Scheiße. Yes! Alter! Du musst den Wust aktivieren. Aktivier doch mal deinen Wust. Ja, toll. Ja, toll. Ja, dann kannst du nicht gewinnen, Mädchen. Oh, yeah. Tommy! Ich bin Zweiter geworden! Oh, yeah. So ein dritter Rennen von vier. Hä? Ja, ich weiß. Was? Du lösst nicht voll aus. Bam, 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 bam. Meine Alina! Nein, was mache ich denn? Nein! 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 Was mache ich denn? Ich bin so ein Lutscher. Nein! Was macht die Tante da schon wieder mit dem Blitz? Mit Strom spielt man nicht, Kind. Witzig. Nein! Was macht ihr Idioten eigentlich? Ja, ich komme ins Ziel! Echt? Ja! Nein! 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 Yes! Ja! Ah! Jungens! Ja, Dominik ist dritter. Hat er verdient. Nicht 30 Stunden. Ja, der ist immer erster geworben. Wenn er jetzt mal dritter. Wuhuu! Oh, noch einmal. Ja! Zuerst fünf Folgen, das sind fünf Minuten, Mädchen! Das macht doch voll Bock! Ah, diese Map hasse ich, ne? Wieso bist du schon da? Mann! Ah, diese kleine Jump-Long Map, ne? Ah, die Idioten! Boah, das hasse ich, ne? Ich hasse diese Map einfach abgrundtief. Ich kann nichts dafür, aber ich hasse diese Map. Es ist so! Mann, ich komme hier nicht weiter! Danke für den Boost! Ah! Mann! 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 Was soll die in dieser kleinen Lutsche lernt? Nein! Ha, Lina fällt hoch. Ja, was kenne ich das für? Das ist nicht schmerzend. Ich will nicht gar nichts mehr mit euch. Oh, das ist niemand traurig. Oh, oh, oh. Ah, ah. Die private Valina, das kennst du nicht? Ah! Große Kitzel! Ah! Oh mein Gott! Ah! Super, Domi! Okay. Neues Spiel? Nein. Gut Idee. Okay, ich werde sagen, dann belassen wir es wieder. Und tschau!